Hallo, ich bin die Emily, ich bin ab 9 Jahre alt, komm rauskriegen. Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein neues Video für euch. Und zwar mache ich ein neues Video mit meiner kleinen Schwester. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, weil sie halt immer gefragt hat, ob sie nicht auch mal ein Video mitmachen kann. Und da haben wir uns überlegt, dass wir ein Pflicht- oder Pflicht-Video machen. Also erstmal haben wir uns überlegt, dass sie mich schminkt. Aber sie hat irgendwie mehr Lust, ein Video zu machen, wo man die Zettel zieht und dann halt Aufgaben lösen muss. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr bleibt bis zum Ende dran. Und gebt dem Video vielleicht einen Daumen nach oben, weil das was Besonderes ist. Also meine kleinen Schwester wird, denke ich, nicht so oft in meinen Videos vorkommen. Aber naja, wollen wir mal anfangen. Okay, wir machen Schnickschnack-Schnippe, weil es erstes drankommt, ja? Weil es erst anfangen ist. Schnick-Schnack-Schnipp. Schnick-Schnack-Schnack. 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 Also habe ich gewonnen, du hast verloren. Okay, du musst anfangen. Brausepulver 30 Sekunden im Mund lassen. Ach du Scheiße. Also wir müssen dazu sagen, unsere große Schwester hat die Zettel geschrieben, wir wissen nicht, was drankommt. Und ja, also du musst jetzt Brausepulver 30 Sekunden im Mund halten. Dann hole ich besser, dann hole ich besser mal einen Eimer. Okay. Okay. Willst du wie viel Packung, bitte? Nimm nur eine. Meine zwei dann. Okay, wir nehmen, wir nehmen einmal Zitrone und einmal Orange. Viel Spaß. Oh, ich nehme auch einen. Oh, ich nehme auch einen Stoppohr. Ich habe schon über 20, also 30 Sekunden. Es war ziemlich sauer. Nein, 29,30. Es war ziemlich sauer. Es war ziemlich sauer. Jetzt bin ich dran. Ja, lassen Sie mal. Ich habe Angst. Etwas saures Essen, Zitrone ohne das Gesicht zu verziehen. Na dann mach ich Spaß. Hier ist eine Zitrone. Wie viele Sekunden? Da sind Fussel dran. Erst auf der anderen Seite. Wie lange Sekunden? Nein, ich muss da rein. Man sieht dich gar nicht, du bist weg. Wie viele Sekunden? Gar keine Sekunden, ich muss da reinbeißen, ohne das Gesicht zu verziehen. Okay, ich mach mal 10 Sekunden. Wie soll ich denn da reinbeißen? Ja, einfach reinbeißen. Aber da ist doch Schale dran. Ist doch egal, beiß einfach mal rein. Beiß! Okay. Beiß doch mal! Ohne das Gesicht zu verziehen? Ja, ohne das Gesicht. 5 Sekunden. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... Noch mal? Ja. Ist gar nicht so sauer. Es geht, ne? Ich hab grad 1000 Kerne runtergeschluckt. Und? Hab ich gewonnen? Geht das? Ja. Oh, noch ein Kern. Lecker. Boah, das Ente ist sauer. Egal, ich hab schon eine Ente gemacht, oder? Ja. Boah. Oh, ne, ne? Der Verlierer muss ein rohes Ei auf den Kopf zerschlagen. Okay. Echt? Ich weiß nicht. Ich weiß überall brausende. So viele Gummis wie möglich um den Kopf machen. Durchs Gesicht? Hä? So viele Gummis um den Kopf machen, so zum Beispiel sein Gummi vielleicht. Hä? Darf ich jetzt was sagen? Ja, sag was. Was willst du denn sagen? Also hier sind jetzt ein paar Gummis drin und dann werde ich hier mal irgendwo an meinen Kopf binden. Das hält nicht. Das hält nicht. Die sind viel zu eng. Man kann die ja gar nicht um den Kopf binden. Ich bin so dumm. Ah, nein! Nicht, nicht! So. Das war mal eine komische Gummis. Aua. Ich hab mir das voll ins Gesicht gefischt. Hängst du alle an deinen Ohren? Kannst du ja auch noch so an deinen Ohren. Du bist nur an unserer Ohren? Das ist nicht mehr. Ich hab das wollte mir nicht. Wie? Wie? Einer? Ich hab das eine mit dem Gefangenen gefangen. Wie? 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 Beim Pizzamann anrufen und ein Happy Meal bestellen. Ach du Schande. Ich kann das nicht. Da muss man viel zu viel angeben. Also die hat jetzt aufgelegt, weil sie ein Angsthase ist. Ist doch so. Hallo, ich würde gerne einmal ein Happy Meal bestellen. Zum Liefern und zum Abholen? Zum Abholen. Ne, zum Liefern. Zum Liefern? Ja, ein Happy Meal bitte. Moment. Die Telefonnummer bitte. Mami. Hä, ein Happy Meal gibt es doch? Hä? Die sagen alle nichts. Ach so, die wollen mir alle ein Happy Meal verkaufen. Also ich, Tiefam, Papa. Diese Aufgabe hat es nicht bestanden, äh, sagen. Ach ja, wie viel steht es denn? Ich weiß nicht. Ähm, äh, 2,1, ne? Ja. Oder? 2,1, ja. Nein, 3,2, oder? Nein, Name ist 3. Etwas, äh, schmecken mit verbundenen Augen. Okay, dann muss ich mir was aussuchen. Ich muss, also ich sehe überhaupt, überhaupt gar nichts. Der ist ja auch von fetter Schau. Ja. Okay. Ich sehe nur schwarz. Äh. Verrat's mir nicht. Nein, du, ich muss... Mach A. Nein, aber wenn ich was esse, wo mich mir sauber hochkommt, da gibt es schon so was. Nein. Nein. Mach A. Ich hab nichts im Mund. Mach A. Spaß. Ich hab dir ja auch noch nichts reingetan. Ah, du darfst eigentlich nicht. Bob, da ist es eine Zwiebel. Nein. Ah. Das ist eine Zwiebel. Das ist eine Zwiebel, versprochen. Ist doch bitte keine Rosine. Nein. Ein auf Zwiebel. Ein auf Rosine riecht nach Zwiebel. Ja. Ja. So ein Kräuter. Zwiebeln. Nein. So, so runde Zwiebeln. Nein. Was ich verstehe. Was ist? Schrei doch nicht so. Schrei doch auch von Zwiebeln. Es. Äh. Es. Basilikum. Es. Nicht B. Oh. Basilikum. Äh. Äh. Keine Ahnung. Das ist die Mama immer auf ihrem Brot. Mit Quark. Äh. Keine Ahnung. Das ist grün und lang. Ich weiß. Schnittlauch. Ja. Wo wird denn was ausgefahren? Sag die Basilikum. Äh. Ne. Es ist Basilikum. Äh. Jetzt musst du was ziehen. Mastel. Ja. Ach das ist ne ungerade Zast. Kopfhörer aufsetzen und der andere muss den Song erraten, den ich singe. Oh Menno, ich wollte singen. Ich wollte singen. Soll ich erraten? Nein. Du zeigst mir das nicht. Du zeigst mir das nicht. Du zeigst mir das nicht. Ich bin nicht erraten. Hm. 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 Ich weiß überhaupt nicht was die macht. Hm. Hm. Sing mal ein bisschen. Was? Was? Warte kurz. Hm. Was so the world war passiert wie es sah. War ein bisschen weak, was so weak, Ma, Ma. We've got to work, but I will die. Ich weiß es. Wenn man vor, ne, no, ne wieder. Hm. Äh. Äh. Walk von Quaps. Ich glaub ja. Warte. Ja, wir können es ja nicht laut auch anmachen, ne. Dank der GEMA können wir das dann eigentlich machen. Ja, okay. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ich hab es ja erraten. Keine Ahnung wer gewonnen hat. Äh, du. Muss ich jetzt ziehen? Oder derjenige, der gewinnt, der darf sich einen, äh, strafen für den anderen auch so. Okay. Wie viele? Ich weiß aber nicht mal wie viel es steht. Ich weiß es aber. Wie viel denn? Drei eins für dich. Oh. Drei eins? Dann hast du ja schon verloren. Lippenlesen. Lippenlesen. Ich weiß gar nicht was das ist. Ähm. Ach so. Das mit den Kopfhören. Ich hab nur drei Versuche. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also. Ähm. Anziehen. Handy. Handy. Nein. Assi. Was für? Was für? Warte, die Musik geht aus. Hase. Ja. Ja, aber ich hab viel zu oft geraten. Du hast einen Punkt. Warte, ich muss erst mal wieder. Okay. Man hört das. Ähm. Drei Dreistiegs jetzt. Also. Also. Noch eins. Das entscheidet. Klar. Also. Mach so. Äh. Ich überleg gerade. Ich weiß es. Was? Pippi Langstau. Jaaaa. Nein. Okay. Ein letzter Zettel. Große Auswahl hier. Eine. Roten Lippenstift extrem um den Mund herum verteilen, bis zum Ende des Videos drauf lassen. Hauptsache, das ist der letzte Punkt. Ja, dann musst du mir mal Lippenstift geben. Roten? Oh Gott. Wunsch du hier? Lara? Meine Schwester guckt übrigens mit. Du hast alles außer meine richtigen Lippen angemalt. Toll. Du hast gewonnen. Okay, deine Strafe ist das hier. Nein! Nein! Ich muss auf die Wanne. Ich hoffe... Ich hasse! Oh Gott, ich habe gar nicht so einen großen Kurschfleck gesehen. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann guckt auch mal im letzten Video vorbei. Das verlinke ich euch hier so auf ihren Kopf. Das geht jetzt hier so alles weg. Und dann, ja. Und wenn ihr vielleicht mal mehr Videos mal erklärt, was ihr sehen wollt, dann zeigt mir das, indem ihr vielleicht dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und dann sehen wir das. Und ich glaube, die kleine Dame wird sich auch darüber freuen. Und ja, dann sagen wir Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü